hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von captain of industry schön dass du persönlich wieder vorbeischaust und mit mir diese videos hier genießen möchtest ja vielen dank auch an die fantastischen unterstützer auf gardero plus eben eingeblendet und wir haben zwei große baustellen die werden wir jetzt mal in angriff nehmen zum einen das schiff reparieren wir weil der hafen ist fertig und wir sind hier in der forschung und wir haben extrem busy da müssen wir auch daran arbeiten deswegen machen wir hier mal gerade ein airdrop damit das ein bisschen schneller geht wir haben dann schon mal zwei weitere autos und der sogar lampen wie cool wusste ich gar nicht ja und insgesamt müssen wir gucken wie sieht es aus und da sehen wir zum beispiel auch dass beim eisen der verbrauch teilweise jetzt schneller geht als wir an bedarf anliefern können und was wir auf jeden fall jetzt aufpassen müssen weil immer mehr fahrzeuge haben ist hier die wartung das heißt ich fürchte doch dass wir das hier umbauen müssen wobei hier ist die ausgabe voll und es hat gar keine ausgabe ich glaube das müssen wir umbauen wir müssen die mechanische fertigung die mechanische teile fertigung auch umsetzen wir haben die hier können wir jetzt erweitern wir könnten hier weitere weitere hallen hinsetzen das wäre kein problem aber die hier nicht wir brauchen hier nur eisen dann würde ich folgendes vorschlagen wir bauen dass wir das braucht noch elektronik die hier kommt wir bauen dass die folgt um ach so das waren nur fahrzeugteile das passt ja eh dann bauen wir hier bauen wir das hin so und das heißt hier werden dann diese mechanischen teile hergestellt und hier nicht mehr und damit das auch auf jeden fall passiert reißen wir dann hier schon mal das von hier bist du ab und dann dann wäre hier der ausgang für mechanische teile den müssten wir dann so machen und dann können wir aktivieren und dann können wir hier und da kommen da die elektronischen teile raus auch einmal abzwecken da ist dann auch leer gelaufen da können wir die auch direkt abreißen und ja wir haben auch schon erforscht übrigens dass wir die abgraden können also den manuel den können wir abgraden auf automaton so das sieht doch schon besser aus und dann muss jetzt hier nur noch irgendwie die elektronik rein das ist ja überhaupt kein problem ich meine wir sind ja perfekt da drin irgendwie diese zuführung hier zu machen was soll da schon falsch gehen da könnte man zum beispiel ganz einfach hier hier starten und dann hier unten reingehen was natürlich den nachteil hat dass wir da jetzt von anderen sachen nicht ankommen das wäre mir schon lieb wenn der weiter oben noch anfangen würde und dann weiter runter gehen auf höhe zwei dann machen wir das mal nach diesem neuen schema was wir da hinten gearbeitet haben das war drei und fünf das drei und fünf 3 4 5 1 2 3 band 4 5 band also 1 2 3 band falsch der soja 1 höher ich habe keine ahnung ob die fahrzeuge da ran fahren müssen oder wie die die wartung kriegen ich hoffe nicht dass die da ran fahren müssen das müssen wir noch ein bisschen was umbauen aber so wird es gehen so dann haben wir da unser nächstes problem denn dieses lager steht da nicht gut da müssen wir nicht dran denken dass wir das neu machen müssen ja weile wobei wir können nee komm da machen wir das machen wir schon richtig so und dann können wir nämlich von hier eine einheit höher einheit bereit das geht auch wieder nicht ja schön warum nicht weil es im knick runter geht oh nein so wir kriegen das schon hin und keine Sorge das tut gar nicht weh na dann bauen wir das nochmal um und wir gucken mal very busy was ist denn hier mit unserem Bergbau-Dings der ist da dann bauen wir da jetzt auch schon mal einen einen Bergbau-Dings Kontrollturm und dann können wir da nämlich den Sand abbauen dann machen wir uns nicht unsere Landschaft kaputt dann machen wir auch direkt mal einen Airdrop dann müssen die LKW nicht extra hier hochfahren und dann erstmal so das hier als Bereich ein Bagger zwei LKW ist ein bisschen wenig weil wir hier über die halbe Insel fahren da müssen wir wahrscheinlich noch mehr LKW zuweisen und dann machen wir hier machen wir hier schon mal so ein bisschen Bergbau okay so dann müssen wir jetzt noch die alte Forschung was Level 1 Forschung ist zu Ende bringen Kapitänsbüro übrigens sehr sehr interessant eigentlich und wir gucken mal wie weit der Kollege hier gekommen ist achso der ist noch gar nicht okay mhm aber der kann nämlich dann da drüber und dann kann der von hier da rein so so soll es aber funktionieren genau und ja das Ganze können wir dann da nochmal wiederholen wenn das jetzt nicht so blöd gebaut geworden wäre von einem gewissen Herrn G.Rohl G.Rohl und dann heißt es beten dass die Fahrzeuge nicht da hinfahren müssen können okay so dann haben wir noch unsere Mission Riesenförderband hier äh 191 und 193 sollte passen die würde ich dann einmal hier in Angriff nehmen fehlende Materialien was fehlt denn also das hier ist sowieso durch Eisenerz warum fehlt ein Eisenerz was ist denn mit ihm ach hier ist nur ein ist ja nur ein LKW zugeordnet das ist aber natürlich sehr langsam äh gut so das hier oben funktioniert das heißt da kommt der Sand und was bedeutet das wir können hier beim Beton mischen Sand mit dazu nehmen und die Schlacke okay ähm oh man ey okay also eine zweite einen zweiten Betonmischer werden wir hier nicht hinstellen oder wie man G.Rohl pass auf da machen wir machen wir jetzt wirklich einen zweiten und dann machen wir den zweiten mit dem anderen so ein Rezept was hatte ich denn von der Idee so das heißt der braucht auch Zement der braucht auch Wasser der braucht Zement der braucht Wasser der braucht Sand und der braucht keine Schlacke ah ne das ist Keith Richards das ist dieses hier mhm und wenn wir jetzt noch unserem Schema arbeiten drei ist das vorgegeben was wo rein muss ehrlich okay oder ist das jetzt reiner Zufall gewesen ne okay 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 so bitte noch eins nein so Zement Sand und hier wäre dann entweder Sand oder Schlacke pass auf da können wir ja dann hahaha drei was habe ich jetzt für ein Band gebaut ein flaches Förderband ja das war wieder sehr schlau jetzt machen wir das nochmal richtig ähm so und so und ja dann könnten wir theoretisch da dann Eingangsbehälter anschließen auch ne damit wir so ein bisschen Überblick haben was wo wie viel ich werde nicht da mehr als fünf bauen deswegen also oder zwei oder drei wie viel hier hinpassen glaube ich nicht Klammer auf wie oft habe ich das schon gesagt und wir wissen was dabei passiert so und dann haben wir hier Sand und hier Schlacke und hier hoch und hier den Pause Button Button ne Hallo was zum so das sollte funktionieren okay LKW ist immer noch busy und er wartet so lange dass er hier abgeladen wird kein Wunder dass wir keine Kohle haben naja so und die andere große Aktion wie gesagt ist dieses riesen Förderband ich weiß gar nicht können Forschung 2 auf Forschung 1 machen und wir müssen da sowieso Forschung 2 erstmal bauen ne oh je okay ja dann würde ich sagen hier ist ja der Zugang zur Eisenfertigung dann beginnen wir zumindest mal mit dem Bau und dazu brauchen wir als erstes mal wieder damit wir demnächst noch weiter herfahren können den Kollegen ne das sieht so ein bisschen nach Hauptverkehrsstraße aus das wollen wir natürlich nicht kaputt machen so wie viele LKW-Uberteile haben wir noch wir brauchen Gummi haben wir wir brauchen Sprit dann holen wir uns nochmal 3 LKW das ist wirklich alles sehr sehr eng hier gerade und ja dann habe ich noch was versprochen und zwar werdet ihr immer belohnt wenn ihr bis zum Ende Raum bleibt wir weisen dem Schiff eine Mannschaft zu damit haben wir natürlich schon wird schon ein bisschen enger hier und dann könnten wir theoretisch auf die erste Reise gehen dazu drücken wir mal das hier habe ich euch noch gar nicht gezeigt und da sehen wir wir haben einmal hier einen Ort mit dem wir handeln können sollte uns auch jetzt zum Beispiel Beton ausgehen dann können wir Holz gegen Beton eintauschen dann wird das unser Handelslager gepackt welches wir noch gar nicht gebaut haben sehr gut Gardero du bist so doom dass es knallt genau das können wir machen oder wir können hier auf Erkundungsweise gehen sagen wir gehen wir mal hier hin und sagen erkunden dann fährt das Bötchen los und ist sehr gespannt ja und ist sehr gespannt was da passieren wird so machen wir mal hier einen Airdrop gut und wichtig wäre dass das hier jetzt dann sehr zügig dann fertig wird die Chutes sind schon fertig die Storages noch nicht weil Beton ist wie ihr seht Mangelware und allein dafür bauen wir das hier also hier stehen jetzt zwei volle Sand LKW die warten jetzt drauf dass sie da be oder entladen werden wir könnten das hier auch priorisieren oder Airdroppen ich glaube wir Airdroppen das mal hier 1,5 wir haben so viel Einigkeit das sollte auf jeden Fall passen so den auch noch okay und jetzt haben wir was haben wir denn oh ja wir haben einen Standort erkundet das sehen wir dann gleich und wir haben Sand wir haben Zement ähm zerkleinerte Schlacke müssen wir mal gucken dass wir da auch wie viel mehr genug haben fällt mir gerade mal so auf das wäre hier da muss halt aufgehört werden die zu zu verklappen hier fehlt Schlacke können wir auch erst mal hier direkt anbinden wir gucken uns gleich an was das Chef erkundet hat keine Sorge ich hab das nicht vergessen äh Schlacke haben wir ja doch rufe nächstes Förderband dann hier Höhe 1 hier rüber hier rüber und dann hier in die Luke rein eventuell müssen wir da nochmal so einen Zwischenspeicher reinbauen aber das scheint ja erstmal so zu gehen und der Rest ja doch wir müssen da glaube ich einen Zwischenspeicher bauen warum weil wenn wirklich eine Schlacke Verstopfung hier auftritt muss die verkippt werden und ich glaube wir können nicht alles verkippen was können wir alles verkippen Schlacke achso wir können die auch sehr kleinere können wir auch verkippen gut dann habe ich nichts gesagt überhaupt das Gegenteil und jetzt sehen wir auf jeden Fall hier wunderbar Zement kommt an Sand kommt an Schlacke kommt an und somit haben wir mehr Beton für unsere künftigen Abenteuer und daran hapert es ja auch gerade hier die Dinger das fehlt da Beton seht ihr Holz haben wir Eisen haben wir Beton haben wir nicht Beton muss dann hier auch angeliefert werden ja ja und dann wie versprochen schauen wir uns das noch an was hat denn unser Schiff erkundet und da sehen wir 46 Gummi 66 Kupfer und Fahrzeugteile hurra erkunden wir direkt noch die zweite Stelle wo wir gerade dabei sind tja und hier das läuft das läuft hätten wir besser sofort zwei gemacht genau und da brauchen wir jetzt natürlich nur eine Ausgabe wo die fertigen Dinger rauskommen so sehr schön gut dann gucken wir mal kurz wir haben 96 von den Dinger noch und jetzt werden die auch wieder nachgeliefert weil wir hier Beton herstellen und das heißt wir haben eigentlich genug Sachen für Extremely Busy fürs Förderband dass wir hier quer durch die Welt bauen werden und das machen wir dann in der nächsten Folge bis dahin läuft das hier alles so ein bisschen weiter so hier jetzt aufpassen wenn die Halle leer gelaufen ist das wird natürlich noch ein bisschen dauern ja und beim Gummi stimmt was nicht da gucken wir mal kurz äh achso voll einfach nur okay na gut Leute da würde ich sagen haben wir wieder einiges erreicht unter anderem so ein bisschen den Betonengpass beseitigt ich könnte jetzt auch irgendwie fünf Dinger dann nebeneinander bauen aber dann würden wir ja nicht mal weiter hier so ein bisschen fummeln und da so ein bisschen und ich mag das eigentlich immer hier und da so ein bisschen äh wieder dann zu erweitern und nicht alles auf einen Schlag zu machen euch auf jeden Fall liebe Dank fürs Zuschauen jetzt sofort die nächste Folge auf Gardero Plus oder in ein paar Tagen hier auf YouTube ich freue mich auf euer Feedback denkt dran wir haben heute den 14.06. wo ich das aufnehme wenn ihr also danach kommentiert habt kann ich das erst in der nächsten Staffel berücksichtigen danke für euer Verständnis und bis zum nächsten Mal tschüss und bis bald 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 Vielen Dank.